Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Das Wochenende wird traumhaft schön. Am Samstag strahlt die Sonne den ganzen Tag über ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Das Quecksilber klettert dann bis auf 32 Grad. Ähnlich schön kommt dann der Sonntag daher. Bei Temperaturen um die 30 Grad gibt es wieder viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen nur harmlose Wolken ins Sendegebiet. Diese hochsommerliche Wetterlage bleibt uns auch zum Start in die neue Woche erhalten. Am Montag dürfen wir uns bei Höchstwerten von 29 Grad auf 13 Sonnenstunden freuen. Diese Wetterlage können wir dann 1 zu 1 auf den Dienstag spiegeln.